Countdown ist ganz simpel. Sehst du den Timer deines Teams? Der läuft gnadenlos ab. Tick, tack. Außer dein Team kann die Tore passieren, um den Timer aufzufüllen. Wenn dir die Zeit ausgeht, ist das ein Punkt für das andere Team. Häng dich rein, um in Führung zu gehen. Schubst die Loser beiseite. Denn am Ende trennt euch vielleicht nur ein einziges Tor. Kontrolle. Nur darum geht es in Lockdown. Wenn eine Zone auftaucht, rasen und kämpfen, um den Team in die Zone zu bekommen. Dann kontrolliert ihr sie. Um die Konkurrenz auszustechen, musst du jeden schmutzigen Trick einsetzen, den es gibt, damit sie gar nicht erst in die Nähe der Zone kommen. Gewonnen hat das Team, das zuerst genügend Zonen erobert. Overdrive ist on Rush in seiner reinsten Form. Geh auf Risiko und sammel durch Takedowns und Sprünge Boost. Brenn dann den Boost ab, um Punkte für dein Team zu sammeln. Kleiner Tipp. Die besten Fahrer können diese Boosts aneinanderreihen, um Punkte einzusacken wie ein rundenstehlender Großmeister. Am Ende gewinnt das Team, das am schnellsten Boost verdienen und ausgeben kann. Switch ist das schnellste und zerstörerischste Katz-und-Maus-Spiel, das du je gespielt hast. Beide Teams starten auf Bikes. Schnell, notwendig, aber anfällig. Dein Ziel ist erstmal am Leben zu bleiben. Denn nach jedem Crash wechselst du zur nächsten Fahrzeugklasse. Du hast drei Switches. Und wenn die verbraucht sind, tja, dann musst du jeden Gegner ausschalten, der noch welche übrig hat. Wenn dein Team keine Switches mehr hat, heißt es Game Over. Um diesen Modus zu rocken, musst du wissen, wann du dich verteidigen musst und wann du gnadenlos Jagd auf deinen Gegner machen musst.